...nach oben geht's und da sehen wir das Signal. Bitte aufpassen, meine lieben Damen und Herren. Wow! Ja, da hat nun mein Beifahrt! Und wie schön diese Veranstaltung ist und wie diese Veranstaltung ist, das haben wir heute schon. Ja, das ist hier noch nicht mehr. Ja, ja, das ist das Problem. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Der Prinz war ja auch wieder dabei. Ja, wahrscheinlich. Wie heißt das Teil, was da hier unter das Hüterrad kommt? Okay, also, aufpassen, dass ich... ...abschluss oder wagen? Ich habe schon den Ausblick gewiesen. Der Flügel ist ja größer wie immer. Ja, da läuft selbst. Die tod ... ...eine! Das ist ... ...hier, das ist ja ... ... was geschaut! Wooow. Das ist er. Jetzt bloß geworden, wir haben uns 3 wegziehen. Ich hör mal hier einer ist da um die Pär Eklansche. Das hat er zu beurteilen. Da bekomme ich nochmal den Hinweis, dass die Eltern vielleicht auch mal aufpassen sollten, den Kindern müssen sie unzuhalten. So, im Notfall wieder ordentlich zuhalten. So, im Notfall wieder rechtsherzig eingeladen, um uns vorbeizukommen. Eingenetzt, rufen sie sich schnell an, aus nahen und fern und sagen, wie es hier für ein tolles Leben gibt. So, im Notfall, da sehen Sie die Winken, der Rollstuhl in der Schirke und der Pferd haben das alles. Der war vollständig. Ja, oder wir haben nicht gesehen, warum? Ne, dann kann ich mich nicht sagen. Ne, dann kann ich mich nicht sagen. Das ist schon so, wenn die Fahrer sind. Wir können... Das war's für heute.